so leute wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zum nächsten kleinen video von mir ja leute wir sind auf hive minigames und wir spielen heute mal ein paar runden ein sieg suchen und verstecken und vielleicht mal murder mystery also erstmal geben wir auf jeden fall ein sieg rein und spiel mal ein paar runden mit ihr das habe ich gestern mich auch noch gemacht die anderen projekte ja wenn auch noch weitergehen aber wir werden jetzt erstmal ein paar runden ein sieg spielen mal gucken was da abgeht die letzten tage waren echt lustig weil die leute echt ja zu blöd waren sag ich mal nicht zu blöd aber die haben kaum welche gefunden das war die meiste zeit immer nur einen sucher aber vier mal gestorben schon da war siegel 6 wieso auch immer wir als verstecker die meiste zeit bin ich auch nur der sich versteckt hat ich bin nie sucher geworden irgendwie und wir haben kaum siegel durchgekriegt weil er immer irgendwie steht game over wieso auch immer keine ahnung wieso aber ist so sollen wir machen wo gehen wir denn jetzt hier hin erst mal er ist noch da ganz hinten gut dann gehen wir nochmal weg da kann man gar nicht hin schade oh mein gott da lief er einfach rum was das denn versteckt ich doch ich werde bekloppt 4 sucher schon oha das geht aber gut los aber der nächste steckt glaube ich auch gleich hier und sein hasen ohne er sei doch fünf sucher und die laufen hier gerade rum nicht nicht gehe weiter geht zurück mit das gibt's doch nicht ob die das in den drei minuten noch schaffen also ich traue mich auch gerade gar nicht rum zu gehen bei den anderen runden bin ich immer rumgelaufen um mich neu versteckt weil du siehst ja die namen wo die ungefähr sind wenn da wirklich die ganze runde immer nur ein zwei sucher sind dann hast du ja so gesagt gewonnen da haben sie noch einen ach du ja 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 noch bin ich gut versteckt ja mit sein coaching table schildauf g3 6 sucher Das ist meine zweite Runde heute Eine Einspielrunde habe ich schon gemacht Also kurz rein Und gespielt Und jetzt sind wir bei sieben Ich werde nicht mehr Nein Bleibt da hinten oder geh hoch Tschüss, nicht hierher Acht Leute, acht Also ich sage, erste Runde, wir verkacken Wir werden Sucher Bitte nicht Also noch einmal gut Die können nur von vorne reinkommen Aber ich glaube, die gehen hier gar nicht rein Das gibt es echt nicht Ich werde verrückt Sehr Nein 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 Was Ey, nein Und er musste da reingehen Ich werde nicht mehr Ist er mit seinem kraftigen table da hinten noch Da gucken wir jetzt mal noch Ne, er stand ja hier Ist aber anscheinend weg Also ich irgendwie hier unten Ne, da kannst du ja gar nicht rüber Schade, kein einziger Ei, 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 ei Ja, es ist kompliziert Es ist wirklich kompliziert Man hat auch echt keine Ahnung, welcher Block sein könnte Weil ich die Map auch nicht kenne Das ist das Problem Die hier schon alles nach geprüft haben Kann alles möglich sein Die können überall sein Das ist so grauenhaft Game over Aber weiter geht's würde ich sagen Nächste Runde Nächstes Spiel beginnt Natürlich hier bleiben Wir haben noch kurz Zeit Ich renne mal schnell auf die Toilette Darauf Fünf Sekunden haben wir noch Perfekt Ah, Glück hab Ein Armbau Geil, Alter Und weg hier Ganz am Arsch der Welt Erstmal diesmal überleben wir Schade, komm ich nicht hoch oder was Was ist das denn jetzt hier Mensch Ob das auffällt, Leute Ob das auffällt hier Da bin ich mal gespannt Wo wird er hinten da hoch Der läuft da hinten noch irgendwo Erstmal schnell Ja Hinder, Alter, gib ihn Ja Ob der jetzt aufgeht Was ist mit denen dann verkehrt Der hat den noch gesehen Der kann sich ja oben jetzt einfach hinschillen Oder was Das glaube ich nicht Nein Schnell Nein Ich hätte mich ja nicht überwegen sollen Scheiß Dass er auch auf mich geht Den anderen hat er bestimmt gar nicht gecheckt So jetzt bin ich hier Ja Das gibt's doch nicht. Wie lange überlebt denn der Typ? Der ist weg. Ne, da ist er doch. Das gibt's doch nicht, Mann. Wie viele Leben hatten der? Ja. Endlich haben wir einen, ey. Da haben wir ihn noch endlich mal erwischt. Auch wenn wir noch ein Teamkollegen dazu hatten, aber wir haben ihn erwischt. Das ist schon mal gut. Auch nicht. Kann alles mögliche sein, echt. Das ist schon mal. Schade, nicht mehr gekriegt. Aber nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Komm, eine Runde machen wir noch, Leute. Alle guten Dinge sind drei. Mal gucken, was wir diesmal werden. Bin ich mal gespannt. Und... Hospital... Ach, nee, nicht hospital. Nee, 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 nee. Heik, eng, sieg. So, Leute. Diese Runde werden wir nicht entdeckt. Verspreche ich euch. Mal gucken, ob wir es schaffen. Ich glaube nicht, aber... Wir schaffen es. Wir schaffen es. So, hier bleiben wir jetzt mal chillen. Da unten wurde schon einer verfrügeln. Oha. Drei Sucher schon, das gibt's doch nicht. Aber was sind denn heute für Gegner online, ey? Gestern war echt Lushy, Lushy. Nie einer gefunden. Schieß mich tot. Und heute, da eskalieren sie ja alle. Alter. Das ist noch keiner, nur er. Okay, er springt wieder runter. Er geht da. Komm, schnell, 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 schnell. Perfekt. Dann sieht das ein bisschen besser aus. Ich hoffe, er hat mich jetzt nicht gesehen da unten. Nee. Sieht gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Drei Minuten trotzdem. Aber es kann so komplizieren. Das wird so kompliziert, Alter. Alter. Ist jetzt gut. Das ist jetzt richtig gut. Komm. Mach weiter so. Teste doch nicht alle Blöcke da oben durch. Was ist denn los mit dir? Zocken sie hier, ey. Keiner geht auf diesen Stein hier, ne? Alter Leute, diese Runde ist richtig... Also ich bin gerade angespannt hoch 10, ich stehe eigentlich so offensichtlich, aber mich haut, kommt keiner hier oben längs. Vier noch. Vier noch. Vier Stück noch. Vier sind noch versteckt, also drei weitere mit mir. Ach du heiliger Bimbon, ey. Komm, lass die anderen noch entdeckt werden, damit ich als einzige überlebe hier. Kommt. Ach nee, jetzt kommt zwei wieder, ich komme gerade so ruhig, mein. Nein, 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 nein. Und da kannst du ja auch kaum flüchten jetzt, ey. Ach nee, nein, 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 yeast. Ah. Blatt los da unten. Ja, geh runter. Äh, geht da wieder hoch. die prüfen auch alle die blocke nach irgendwie ne 42 sekunden noch leute 39 gleich 35 sekunden noch da kommt schon 20 sekunden gleich noch leute 20 15 sekunden noch die raffinierten verstecker haben das spiel gewonnen ja perfekt war ja verstecker ach komm leute eine runde gehen noch eine machen wir noch noch gerade so bock aber ich verstehe nicht wenn wir die als verstecker gerade gewonnen haben wieso steht dann bei uns immer game over das check ich nicht das ist echt weiß ich nicht so komisch eigentlich 15 sekunden noch schon nun mal den hier mal was anderes wurden als immer die gleichen dinge haben aber andere maps bitte sehen hier verstecken auch jetzt genau das kann ja was werden jetzt hier ich will gerne da oben rauf aber es geht nicht wir müssen uns doch hier hinten irgendwo verstecken in der letzten ecke wieder was wir immer gemacht haben leute hier hat nämlich nie einer nacht gesucht nie mal gucken zwei sind schon suche oha zwei stück das kann ja wieder was werden und jetzt so weitermachen dann ist gleich wieder das ist gestorben ok dann geht es leider los drei dann kommt vier sucher fünf schon wieder fünfte punkte erhalten provokant da ist einer gut noch sind wir hier eigentlich relativ ok die erste runde das da mal einer geguckt hat in der ecke sonst habe ich da immer komplett überlebt ich hätte auf klo gehen können alles und jetzt auf einmal oder was ja sein können guter strober werden guter versteck gewesen jetzt man muss jetzt durch testen hier hm 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 die frage ist manchmal gar nicht so einfach weil man die map noch nicht so ganz genau kennt und wie das ungefähr aussieht welche blöcke das sind und so das weiß man ja alles nicht ne hier ist auch nix das ist ein kürbis schade die saufen hm hm 3 sind noch 3 das ist glaube ich alles gleich hier auch nix 3 ein welches können das seine 2 noch zwei stück noch die suche haben alle die suche haben alle verstecker gefunden okay da haben wir auch gewonnen aber wieso steht immer wieder game over leute könnt ihr mir das mal eine erklären ich hoffe es nicht wieso auch immer ich hoffe sagen wir nicht aber ich würde sagen leute ich bedanke mich fürs zugucken sehen uns auf jeden fall im nächsten video oder live stream hatte da und wieder bauen